Mit den blöden Dingen überhaupt keinen Empfang. Ich krieg nur nen Typ mit komischem Akzent rein. Mit Nachrichten von Orten, von denen ich glaube, dass sie nicht mal existieren. Heide in Kutziki-Stern endete eine friedliche Demonstration blutig, als Angehörige des Turzili-Stammes den Kenpao-Platz im Gedenken an den dritten Jahrestag des Holmsburg-Massakers stürmten. Gute Neuigkeiten aus Kanduzzi. Dort händ die Eingeborene sich auf eine Zusammenarbeit mit den benachbarten Drolika-Bupsi-Bupsi-Dals geeinigt. Und jetzt zum Sport, mit Jezzetle-Häusle-Schaffermeister. Hier der Sport. Die lustige Halbtagel-Brustmuskler schlubben die Muggesägele-Nase. Zur Lupfe 70 gegen Gugge 40. Beim Biberle ist es 26 vor Bubespitzle. Ich weiß nicht, ob ich das glauben kann.